Hey Leute, heute gibt's gezwungenermaßen mal ein paar etwas andere Videos, nämlich reines Gameplay ohne mein Commentary oder ähnliches drüber, da ich leider noch krank bin und meine Stimme echt schonen muss, man hört's vielleicht ein bisschen. Trotzdem wollte ich natürlich für euch ein bisschen brandneues Battlefront 2 Material aufnehmen, ich hoffe ihr seht zu mir nach und damit viel Spaß bei Battlefront 2, bis zum nächsten Mal, ciao. Die Abel, Feuer! Unautorisierter Zugriff an der Treibstoffstation! Wir haben die Treibstoffstation zurückerobert! Wie lautet der Plan? Rebellen greifen auf den Hauptcomputer zu! Nebellen greifen den Computerraum an! System gefährdet! Behalten die Umgebung im Auge! Überbrückungsprogramm gelöscht! Hauptcomputer ist sicher! Monter illustrate! Hauptcomputer wieder online! Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sperren uns aus der Treibstoffstation aus! Kampfer läuft! Ihre Welt kontrollieren die Treibstoffstation! Sind Sie weiter erfolgreich, können Sie den Kampfläufer starten! Sie sehen, 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 Sie Was ist das? Countdown, live! Feinz übernimmt die Kontrolle über die Kampfläuferstation. Hef! Das ist uns, lass uns! Ich stehe unter mir schocken! Achtung! Fanate! Gehen wir! Wir verlieren die Kontrolle über die Systeme der Kampfläuferstationen! Kampfläuferbucht wieder gesichert! Überbrückung deaktiviert! Kampfläuferbucht wieder gesichert! Sieh da! Bruder! Ihr sucht Bruder! Feinten! Gehen wir die Lande an! Gehen wir los! Gehen wir los! Gehen wir los! Gehen wir los! Systeme der Kampfläuferstationen gefährdet! Ich will die Rebellen hier raus haben! Gehen wir los! Rückzug! Es ist Zeit, dass wir Indoor verlassen! Drei! Beispiele! Die Fische Musik Drei! 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 Vielen Dank.